Guten Morgen, meine lieben Freunde. Die Kamera funktioniert, wie alles ist wieder in bester Ordnung. Juhu! Und jetzt kann ich euch endlich erzählen, was gestern angekommen ist. Da! Guckt mal! Die Karte entmiss' ich. Sie sagen, dass du eine Führung auf hast. Ich sage, dass sie eine Führung auf hast. Was ist das? Sie müssen sie mal sehen, dass sie eine Führung auf hast. Ich habe eine Führung auf hast. Ich verstehe den nicht, Stepeni. Mein Freund, sie hat gesagt, du kannst die Karten einfach runter schmeißen. Du sollst froh sein, dass du eine Karte bekommen hast. Und dann kannst du nicht einfach Karten runter schmeißen. Dann möchte ich bitte aufpassen, weil Benni selber hat ja auch noch gar keine Karte gekriegt. Okay. So. Du sollst die Karte aufheben und wieder dahin stehlen, damit die Leute sehen, woher die Karte gekommen ist. Du sollst die Karte aufheben und wieder dahin stehlen, damit die Leute sehen, woher die Karte gekommen ist. Verstehst du ihn nicht? Verstehst du ihn nicht? Nein, ich verstehe ihn nicht. Der ist ein Bild. So. So. Also, wenn ich das mal erklären darf. Die Karte ist aus Bottrop. So. 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 Du kriegst dir was auf den Kopf drauf. Ja, 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 Benni ist schon witzig, ja. Auf jeden Fall wollte ich Danke sagen. Hubert von Kuschel hat mir eine Karte geschrieben. Ich komme zu den anderen. Und wo das ist, das zeige ich euch beim nächsten Mal. Tschüssikowski.